Ich weiß nicht, es ist schwer zu erklären. Es tut einfach nur weh jetzt. Wir haben heute viele Fehler gemacht und dann sieht es so aus. Dann bestraften die Gegner sofort und haben jetzt auch ein Meister gegen uns gemacht. Es ist bitter, klar, aber ich glaube, trotzdem können wir stolz auf uns sein, was wir geleistet haben. Wir haben riesen Mannschaften rausgeworfen in der Europa League. Wir haben wirklich guten Fußball gezeigt. Ja, der Weg hätte heute nicht enden müssen, aber hat er. Und ja, jetzt können wir uns auf die Bundesliga konzentrieren. Ganz bitterer Abend für uns, glaube ich, und ja, deswegen glaube ich auch aufgrund des Rückspiels sind wir dann auch verdient ausgeschieden. Wir sind jetzt raus aus der Europa League und wir müssen jetzt schnell wieder Fokus auf der Bundesliga haben. Es kommt ein wichtiges Spiel am Sonntag und deswegen darf es jetzt weh haben, oder es tut jetzt weh, aber morgen müssen wir wieder Fokus auf Bremen haben.